Herzlich Willkommen zu einem Beispiel zu Exponentialfunktionen. Von einer Exponentialfunktion f, die Gleichung f von x ist 25 mal b hoch x, kennen wir eine Eigenschaft, und zwar wenn x um 1 erhöht wird, sinkt der Funktionswert auf 25% des Ausgangswertes und wir sollen den Parameter b angeben. Dieses Wörtchen auf 25% ist entscheidend, um diesen Veränderungsfaktor b tatsächlich richtig anzuschreiben. Das heißt, wenn unser Ausgangswert auf 25% sinken soll, so bedeutet dies, dass wir einen Veränderungsfaktor von einem Viertel oder 0,25 haben. Das heißt, der richtige Veränderungsfaktor beträgt 0,25%. Wichtig ist eben dieses Wörtchen auf, denn wäre im Text die Rede gewesen von einem Single um 25%, so hätte dies bedeutet, dass wir 75% noch übrig haben. Das heißt, dass wir einen Veränderungsfaktor von 0,75 oder 3 Viertel gehabt hätten. Somit haben wir das Beispiel richtig gelöst. Einmal der Kast. Einmal der Kast. Einmal der Kast.